Er ist gefährlich. Das ist nichts für uns. Ich habe... ...einen sehr bekömmlichen Hot-Dog, Sie müssen... Keiner weiß, was da drin ist! Sie sind gefeuert. Ich kann Ihnen helfen. Wie will denn eine... ...irre wie Sie einem Kerl wie mir helfen wollen? Sie müssen einen Monat lang mit mir hier wohnen. Dann bist du wohl November. Willst du November? Wo bin ich hier? Sweet November Am Freitag, 5 nach 8 auf S1 Willkommen zu Hause